Hallo, du wundervolle Seele. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du hast mal wieder Probleme, Probleme beim Einschlafen. Okay, 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 okay. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ich bin in den nächsten, nächsten, nächsten Minuten für dich, da für dich, für dich, für dich. Nur für dich, mit deinem kleinen Einschlafturbo, 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 nur für dich. Bitte halte die Augen geöffnet, die Augen geöffnet, bitte, bitte halte die Augen geöffnet und folge meinen Anweisungen, okay? Ja, kriegst du das hin? Okay, prima. Bitte schau hier durch diese Röhre und folge dem Lichtpunkt, folge, folge, folge dem, folge dem Lichtpunkt, im Lichtpunkt, im Lichtpunkt, folge, 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 folge dem Lichtpunkt. Du machst das sehr gut, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam! Du folgst dem Lichtpunkt und jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell folgst dem Lichtpunkt und der Lichtpunkt kommt näher, kommt näher, kommt näher, kommt näher und geht wieder zurück, zurück, zurück. zurück, sehr gut, folge, folge dem Lichtpunkt, folge dem Lichtpunkt, du machst das hervorragend, lass deine Augen geöffnet und folge, 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 folge dem Lichtpunkt, sehr schön, und dann, okay, jetzt darfst du dir auch gut zu ließen. Das ist sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt musst du wieder die Augen öffnen. Öffne deine kleinen Augen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Öffne deine Augen, deine Augen, deine Augen, deine Augen und folge, 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 folge. Wieder meinen Anweisungen, okay? Öffne deine Augen, öffne deine Augen und schau dir das Muster an. Schau es dir genau an und präg es dir ein. Schau dir das Muster an und präg es dir ein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, 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 gut. Machst du das, gut, 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 gut. Schau dir das Muster an und präg es dir ein. Welche Farben nimmst du wahr? Welche Farben nimmst du wahr? So schöne Muster, so ein schönes Muster. Lila, korrekt. Und blau, das ist auch korrekt. Und grün, 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 grün. Du musst das hervorragend. Sehr schön, gut gemacht. Jetzt darfst du deine Augen gern wieder einen Moment schließen. Schließe deine Augen für einen Moment und lausche, lausche, lausche. Und bei trembling, grün, 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 grün... be Efendimiz. Die Augen für D nacionalist Mater, Kund분유lar. Wir als Pfohl K sch intuitively schon erst mal rauskommen. Smack. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist schön. Jetzt folgst du bitte dieser Flamme, schau in diese Flamme, schau, schau in diese, diese, diese Flamme und folge, folge, folge dieser Flamme nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Jetzt folge, folge der Flamme, schau immer in die, 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 in die Laudat, flammer, 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 du, 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 du du merkst langsam wie müde, 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 müde deine Euglein werden ganz müde, müde, müde müde werden deine Euglein ganz müde, 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 müde werden deine Euglein jetzt folgst du meinen Bewegungen ja, den Bewegungen, Bewegungen meiner Hände, folge den Bewegungen meiner Hände, meiner Hände, meiner Hände, du musst das ganz hervorrageln, folge, 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 den Bewegungen, 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 Bewegungen meiner Hände, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, 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 Frage den Bewegung meiner Hände Das hast du wundervoll gemacht Wenn du jetzt noch wach bist, bin ich mir aber ganz sicher Ganz sicher, dass du schon ganz müde bist Und hör mir gut zu, du darfst jetzt die Augen schließen Schließe deine Augen Atme tief durch Lass deine Augen geschlossen und lausche meinen Worten Und du wirst immer müde Schlaf gut Schlaf gut Wundervolle Seele schlaf Guten Morgen ist dein neuer Tag Jetzt darfst du alle Sorgen Weg schließen Und aus deinem Geist verbannen Denn heute finden wir keine Lösung mehr Jetzt bist du müde und das ist okay Schließe deine Augen Und lass los Lass los Lass los Lass zu, dass der Schlaf dich holt Lass zu, dass der Schlaf, der Schlaf, der Schlaf dich holt Kuschel Kuschel, kuschel, kuschel dich ganz tief in dein Geist Deck dich zu Und denk an was Schönes An was Schönes Und jetzt spürst du auch Wie sich all deine Muskulatur Deine Muskelmuskulatur entspannt Und deine Lider werden immer schwerer, schwerer, schwerer Und du gleitest in einen sanften Schlaf Schlaf gut 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 Und